herzlich willkommen zurück im x-kom hauptquartier zurzeit läuft es ganz gut ich würde gerne noch zwei soldaten anwerben dann haben wir einfach noch mal 18 man das sind drei sechser teams das ist nicht so schlecht nigeria hätte gern zwei pulsbögen da können wir doch also da können wir doch moment wir können uns lagerzentrum gehen den schwarzmarkt besuchen und noch müssen wir verkaufen was haben wir denn was wir nicht so dringend brauchen sektoiden leichen kann man verkaufen tja so richtig viele andere sachen eine ufo energiequelle so und dann gehen wir in die technikabteilung bauen man mal zwei pulsbögen ne 3 und dann können wir die gegenstände ausliefern wir kriegen 105 kredits sehr gut besser auch nichts jetzt die gießerei ist fertiggestellt sehr gut das ist gut moment dann können wir mal schauen zum ersten mal die gießerei nicht gerade sehr hübsch aber für einige der interessanteren projekte werden unsere anpassungen hier unten sehr nützlich sein ich sage den teams in der gießerei bescheid kommander hier ist eine übertragung vom rat höchste prioritätsstufe oje oje mitglied der triaden des chinesischen organisierten verbrechens hat sich an einem unserer kontaktleute gewandt auch wenn wir man selber kaum interesse haben soll er angeblich ein einzigartiges technologisch ja da brauchen wir gar nicht reden da gibt es zwei ingenieure für und 200 credits hervorragend wir sind auf ihren fortschritt gespann so dann werden wir mal schauen dass wir hier eine schöne truppe zusammenkriegen alle sollen mal ihre gegenstände abgeben so dann zwei ja ich will zwei schwere nicht wie zwei stürmer wir nehmen mal den mit wir nehmen dich mit den nehme ich noch mit eine unterstützung ein stürmer die anderen stürmer sind eh noch in behandlung dann nehmen wir Adam Daly nochmal mit will ich das risiko eingehen will ich ich will die alle aus ich will die alle ausbilden das ist wichtig ja wir müssen mal schauen so Sturm ja du kriegst den Pulsbogen vielleicht können wir ja noch ein paar Gefangene machen die cam jete was gebe ich dir ja so ne nano und scharfschütze ist klar da kriegt das go du kriegst natürlich eh medipecs und du kriegst noch so ne Ahnung, was du und dann schauen wir mal, wir müssen jetzt jemanden retten, chinesische Triaden, das ist auch ein bisschen seltsam, aber na gut 21. April, na das dauert auch noch ein bisschen, bis der Monat rum ist Der VIP muss überleben, okay, wir gucken mal, ob er den VIP gerettet kriegen, oh, guten Tag Das sieht ja lustig aus Oh, ein guter Halt doch die Knoche Nicht lange dauern, bis sie merken, dass ich verschwunden bin, vor allem, da ich dieses Ding dabei habe Wenn sie mich mitnehmen, gehört es ihnen Das ist unser Mann und wie es aussieht, hat er das Paket dabei, wir müssen ihn wohlbehalten zum Abholpunkt bringen Seine ehemaligen Auftraggeber und erst recht die Invasoren werden hinter ihm her sein Ziele wurden aktualisiert Alles klar Okay Wir werden das jetzt mal hier schön langsam Schön langsam Wir haben Zeit Denke ich Das wäre jetzt Total bescheuert, wenn man jetzt hier uns total verbindet So Schrotflinte Sturmgewehr Ja, du gehst nicht hier hin Wir machen pro Seite ein Dreierteam Vergebe mich auf Position Daddy, du gehst nicht hier rüber Verstanden, los geht's Und dich, mein Freund Ich weiß nicht genau, wo mein Boss das Ding her hat Aber er hörte sich Gebote von einer ganzen Reihe von Kaufinteressenten an Ungeachtet ihrer Absichten Wachsam bleiben, Strike One Feindliche Kräfte nähern sich ihrer Position Na klar Feldposten Na gut Und denn hier hinten ignorieren wir alle Das ist eine gute Idee So Gut Dann müssen wir hier rüber Nicht unbedingt durch das Gift trennen Das wäre nicht so clever So Sturm Ja, hier darf man jetzt einfach nur nicht Übermütig werden So Mr. Daily Sie gehen hier runter Mein irischer Freund Ihr kümmert euch hier um... Auftrag an sich schien banal Ein Gerät an einem bestimmten Ort abzuliefern Okay Nachladen Alles wieder im grünen Bereich Da müssen wir jetzt aufpassen, dass der Keller durchs Gift läuft Ich mach mich los X-Rays gesichtet Da sind sie wieder 18% Nee, das ist... Das ist es mir nicht wert Kastio Kastio So, für Daily habe ich jetzt Ja, Daily, du kannst mal hier hingehen Ja, Mann 44 ist okay Ah, daneben geschossen Aber als ich die Apparatur sah bekam ich Angst vor den Konsequenzen unseres Tons Sein Boss wollte Geld machen Keine Frage So Nehmen 50% Oh, komm So viel dazu Das ist nicht gut Dann müsste er ja der jetzt treffen So, sehr gut Mathe So Dann hören wir mal hier Weiter vorrücken Ja, es ist passend, dass wir hier immer gut geladen haben Alle Mann Hier auf der Flanke ist scheinbar relativ früh Und dass ich mich besperren möchte So Mr. Daily Wo gehen wir denn hin mit dir? Wo gehen wir denn hin mit dir? Jawohl, Sir! So Ich habe in meinem Leben viel verbrochen Aber nun stehen wir alle einem gemeinsamen Feind gegenüber Achtung, Commander Wir haben einen unregelmäßigen Kontakt Er ist irgendwie anders als die anderen Oh, diese Kristallinen sind wieder da Boah, na klar Und du schießt natürlich nicht auf denen hier neben dir Ist logisch Jetzt hat es ihn natürlich direkt erwischt Und er hat sich Jetzt hat es ihn natürlich vergiftet Boah Ich muss nachher noch waren So Sehr gut. So, Schrotflinte ist am Start. Ne, warte mal, jetzt muss man erst über den da... Den, die muss jetzt erst mal... hier runter. Geh wieder auf, Cowboy! Das Gift erstmal raus machen. So. So, einen Feldposten einrichten. Gehst mal hier hin. Schauen wir mal. Na dann. Knallt ihn um. Oder eben schießt in die Wolken. Oder macht, was er wollt. Macht doch, was er wollt. Das sind Profisoldaten. Tch. 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 wenn ich jetzt mal das geht die Zufall gut in Bewegung schon wieder die großen nachladen hier hin uns wird verstärkte x-ray aktivität in diesem gebiet gemeldet feindverbände nähern sich wahrscheinlich ihre positionen und sollte der zweite ja wieder sitzen nicht schießen weg sehr gut was, der hat was zum schießen da ist doch ne Mauer dazwischen na na klar ich geh jetzt all in pfff alter du willst ein Profi Schießer sein, ein Profi Soldat und du kriegst nicht genug Schaden reingemummelt das ist natürlich jetzt das ist natürlich echt Scheibenkleister hier normalerweise sind wir ehrlich der hat immerhin aber dafür trifft doch verdammt wenig komm, woherum jetzt die Sichtlinien sind in dem Spiel tatsächlich ein bisschen eigenartig bestätige du gebe mich auf Position in Bewegung tja, Mr. Daly dann gehen wir hierhin du mein Freund rennst jetzt hier rein wo ist geht das haben wir ihn gerettet, wa ich lebe noch aber mein früheres Dasein ist beendet ja, ja merkwürdig dass mein Leben solch eine Wendung nimmt dass ich alte Freunde verrate um einen gemeinsamen Feind zu besiegen so sieht das aus schon ein bisschen zwiedichtiger Linke ein wenig das Gerät und unser Kontaktmann sind in Sicherheit kommen Sie zurück zum Hauptquartier zur Nachbesprechung dunkler Gesang ja, ich komme ins Hauptquartier bin schon unterwegs aber erstmal brauche ich Ingenieure jetzt kriege ich zwei das ist gut so befördert oh nee Crit Crit für alle in Sichtweite das ist richtig gut da kann man nämlich mal in so eine Gruppe reinrennen so du kriegst natürlich mehr Ladungen für dein Heal er ist befördert zum Stürmer äh sie oh die Frau Castillo und Deli ist zum Scharfschützen wir haben das ist hm denken Sie daran wir behalten Sie im Auge äh ich hab so ein bisschen ich hab leider keine Unterstützer ich hab nur noch ich hab nur Vega und Romeo also Whisky und Romeo ich bräuchte noch einen Unterstützer wir haben einen Haufen Sturm wir haben einen Haufen Scharfschützen und wir haben übrigens das ist der Triadentyp den haben wir gerade gekriegt der ist hier als schwer bei uns einmarschiert dann können wir dem leider aufmitteln äh Deckungsfeuer äh ich glaub Deckungsfeuer machen wir bei ihm mal ihm machen wir auch mal den Panzerbrecher dass wir so ein bisschen unterschiedliche Optionen haben so jetzt haben wir ein bisschen die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen Commander wir sind über jede Hilfe hier unten froh wir bauen mal noch ein Medikit und wir brauchen noch ein paar Nanofaserwesten Pulsbügel haben wir drei das äh da könnte man eigentlich auch nochmal einen herstellen Blendgranaten braucht kein Mensch so 8 Ingenieure mhm ja wir kommen langsam die Frage die sie mir gerade stellt ist Moment wollen wir noch gleich wir könnten doch hier direkt noch ein Kraftwerk bauen oder natürlich und wir könnten hier hinten könnten wir doch noch so ein Kybernetik Ding bauen so ich brauche dann dringendst Satelliten aber das machen wir beim nächsten Mal ich mache in der Stelle erstmal Schluss fällt mir gerade so auf ist ja schon wieder die Zeit rum ja wir haben den Chinesen gerettet ich sage vielen Dank fürs zugucken bis zum nächsten Mal hier bei XCOM ciao ciao der Ehre ah das war das war das war das war das war